Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin es in der Video, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu einem neuen OMSI Video. Ja, der liebe Lebendig hat mich mal darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank an der Stelle dafür, dass wir ja mal eine Zeit hatten mit OMSI, wo wir mal nicht nur Bus gefahren sind, sondern auch mal ein wenig gebaut haben. Und das ist heute die Karte mit wohl dem längsten Bus, den es auf der Welt gibt. Und zwar fahren wir heute mit dem MAN A76 auf Göppel auf der Karte Landkreis Forsthausen. Und diese wollen wir uns heute mal anschauen. Ich denke mal, das ist doch eigentlich mal ein guter Anlass, die Karte mal zu zeigen, um mal ein bisschen drüber zu quatschen. Und das Ganze natürlich wieder mit Track AR und ihr wisst ja einfach alles Bescheid. Einziges, was ich hier sagen muss, da es meine ursprünglich erste Karte mal für OMSI war, sind hier doch relativ viele Fehler drin. Gerade was so Straßenbreiter angeht. Deswegen habe ich hier die Kollision mal deaktiviert, denn hier sind die Straßentzonen mittlerweile so eng, dass ich nicht weiß, wie andere hier ganz normal fahren können. Aber nun gut, wir wollen jetzt ein fahren. Von daher springe ich mal hier rein. Und ja, den Bus hat man schon mal. Der ist natürlich von SoBull gebaut worden. Und ganz ehrlich, an der Stelle nochmal ein fettes, fettes Dankeschön. Diese Busse, die er gebaut hat, die sind großartig. Also die sind absolut fantastisch. Also ist auf jeden Fall ein Blick wert, falls ihr diese Busse euch noch nicht besorgt haben solltet. Ich versuche da nochmal einen Link zu finden, packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung mit rein. Und dann schaut euch das Ganze mal an. Also das ist ein Bus, der hat es absolut in sich. Also wenn wir uns hier mal so ein bisschen umgucken, der ist klein, aber fein. Also so eine kleine Überlandkarte ist absolut großartig geworden, der Bus. Solltet ihr euch vielleicht mal anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Aber ich denke mal, ja mittlerweile sollte das eigentlich schon jeder gefahren sein. So, das funktioniert alles mal direkt. Das ist ja wundervoll. So, Gang rein, Licht an bitte. So, und dann wollen wir mal ein bisschen näher hier ranfahren. Deswegen machen wir hier mal eine kleine Ehrenrunde. Ah, das funktioniert sofort. Ja, ich werde euch gleich noch ein bisschen was über die Karte so erzählen. Selbstverständlich. Warum, wieso, weshalb wir diese Karte gebaut haben. Und dann, ja, Landkreis Forsthausen kann man ja so ein bisschen, wer mich so ein bisschen auf, ja, schon eine Weile verfolgt hier, so im Großen und Ganzen, ja, der wird natürlich wissen, dass, ja, wir ja schon die Karte für Lotus gebaut haben. Straßenbahn Forsthausen anders aber als wir bei Straßenbahn Forsthausen ist Landkreis Forsthausen wirklich eine rein fiktive Karte, die wir erstellt haben. Straßenbahn Forsthausen ist ja nun an der Linie 62 in Berlin angelehnt, ne, also Malzdorf-Süd, Malzdorf-Kürpenick, ja, also da merkt man halt so ein bisschen die Linienführung auf jeden Fall. Landkreis Forsthausen hat mit all dem gar nichts zu tun und ist wirklich eine rein fiktive Karte, ja, also sie ist halt wirklich rein fiktiv. So, wollte nochmal gucken, es gibt hier auch nur eine Linie, also ihr seht schon, ich hatte mal ursprünglich geplant, dass es hier noch eine X101 gibt. 101, wir sind jetzt aktuell Südlisch Kindergarten und fahren jetzt, ich glaube, Stadtgrenze, Forsthausen, weiß ich gar nicht, das werden wir jetzt gleich mal sehen. Wir werden jetzt erstmal hier die Linie eintippen, Linie 101, 01, das passt aber nicht, ne, genau, aber da, 101, 00 und Route haben wir hier 01. Ne, das ist falsch, wir brauchen natürlich die Route 02. So, genau, es geht nach Forsthausen, wir sehen es hier, ne, also, wunderschön, so muss das Ganze sein. Jetzt müssen wir die Fahrgäste einsteigen und dann geht's in 15 Minuten denn hier auch schon on Tour. Die Türen schließen hier, ah, der Bus ist toll. Warum ich den noch nicht gezeigt habe, weiß ich nicht, also, das ist immer unerklärlich. So, und so können wir das Bild hier gerne mitnehmen, freue ich mich drüber. So, Forsthausen, ah, wundervoll. Wir werden die Zeit jetzt nochmal ein bisschen vorspulen. 15, 20 ist hier Abfahrt, deswegen machen wir die Grenze jetzt hier auf 18. So, und dann sollte das Ganze hätte dementsprechend auch passen. So, zweieinhalb Minuten haben wir noch. Warten wir noch kurz, hier haben wir unseren Fahrplan. Wenn ich jetzt nicht allzu doll wackele, dann könnt ihr das sehen, Rauchergasse, Apostelkirche zu Post, Schulzentrum und so weiter und so fort. Wir haben hier eine ganze Fahrzeit von 27 Minuten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, wie gesagt, ist auch mit einer der einzigsten Linien. Es war viel, viel mehr geplant gewesen. Allerdings konnte ich das Projekt nie wirklich fortsetzen. Wie gesagt, die Zeit auf Microhacer TV ist ja dann auch irgendwann zu Ende gegangen, weshalb die Karte dementsprechend halt auch untergegangen ist, Landkreis Forsthausen. Und mittlerweile, ich jetzt, ja, doch die Lust verloren habe, am, natürlich, OMSI Editor weiterzubasteln, wenn es natürlich den Lotus Editor gibt und dort halt Straßenbahnforsthausen existiert, kann ich natürlich, arbeite ich natürlich nicht mehr an Landkreis Forsthausen weiter. Was natürlich schon sehr schade ist eigentlich. Aber nun so ist es. Aber nichtsdestotrotz kann man sie ja euch trotzdem mal zeigen, was ich so damals so ein bisschen so getan habe noch für die OMSI Zeit, die, ja, wo es den Lotus Simulator noch nicht gab. So, los geht's. So, hier sehen wir schon, dass die Straßen hier schon relativ eng sind. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich da gebaut hatte, war natürlich schon sehr interessant. Nächste Haltestelle. Rauchergasse. Okay, das sind auch meine Ansagen drin, also die ich selbst eingesprochen hatte. Das ist sehr schön. Also das ist natürlich blöd, wenn man seine eigene Stimme jetzt hört, ja. Also das ist natürlich, ich weiß ja, wie ich mich anhöre, aber trotzdem, wenn du das im Spiel hörst, ist es doch noch mal ein bisschen was anderes. So, Einzeltickets, 2,70 Euro. Oh, warum fliegt hier mein Geld in die Luft? So. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, oder? Ja, nimm einfach das Geld raus. Nimm einfach das Geld raus. So, okay. Dann können wir abfahren. Ja, das ist jetzt hier wieder D-Mark. Neuro-Mod ist nicht drin, aber können wir auch mal gleich hier zum Thema kommen. Das ist natürlich das nächste, was hier anders ist. Wir haben nämlich versucht, komplett ohne Mods zu bauen. Also das hier ist wirklich reiner Standard-Content, der mitgeliefert worden ist. Ja, also nächste Haltestelle. Apostelkirche. Hier gibt es wirklich keine einzelne Mod drin, die ihr euch runterladen musstet. Es gibt ein Objekt, welches hier gebaut wurde, welches halt dementsprechend mit dazu geliefert wurde. Aber sonst besteht die ganze Karte wirklich rein nur aus den Standard-Content aus Omsi. Also Spandau-Objekte. Das ist ein reines Fest von Spandau-Freunde. Nächste, Haltestelle. Drei Linden. Wo sich so der ein oder andere bestimmt schon sehr, sehr gefreut hat drüber, sehr aufgeregt hat wahrscheinlich darüber. Aber ich muss sagen, durchweg war die Kritik gar nicht so schlecht gewesen zu Landkreis-Forshausen. Ich glaube auch, wenn man halt weiß, warum das ganze Projekt entstanden ist, dann ist es halt dementsprechend klar, wieso, weshalb und warum. Ich muss mal ganz kurz was machen. Ich mache mal den Fahrscheinverkauf hier aus. Nächste Haltestelle. Drei Linden. So, was ist jetzt los? Ich habe hier gerade meinen Track.AR verabschiedet. So, jetzt passt das Ganze wieder. Wie gesagt, das ist ein reines Community-Projekt damals gewesen. Die Leute konnten damals entscheiden, wie die Straßen hießen, wie die Orte hießen, wie die Endhaltestelle hießen, wie jede einzelne Haltestelle einfach hieß. Die konnten damals im Stream mitentscheiden, ob die Straße geradeaus links oder rechts ging. Das war halt so ein bisschen so das, was wir halt dementsprechend zurückgeben wollten, der Community, was daraus entstanden ist. Und wir wollten natürlich dementsprechend auch zeigen, dass es halt nicht immer vonnöten ist, wenn man halt immer noch extra Downloads mit dazu packen muss. Weil das ist einer der Punkte, die mich massiv nervt, anstrengt. Keine Ahnung. Also das ist halt wirklich nicht schön, wenn du da halt manchmal eine Stunde lang gefühlt davor sitzt und die extra Downloads suchen musst, weil die Seiten vielleicht offline genommen worden sind oder die Downloads halt einfach gar nicht mehr vorhanden sind und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich muss euch dazu nicht sagen, ihr kennt manchmal selber, dass wenn ihr euch eine neue Karte runterladen wollt und ihr erst mal stundenlang damit beschäftigt seid, die ganzen extra Downloads halt euch zu beschaffen. Das ist wirklich Zeit, die manchmal echt verloren geht, wenn du dir die Karte dementsprechend auch mal anschaust. und um das alles halt so ein bisschen zu zeigen, dass es auch ohne geht, ist dann praktisch diese Karte entstanden. Ich habe sie an sich so nie vergessen, selbstverständlich nicht, ist halt immerhin noch ein Baby für mich so, kann man ja noch mal nicht vergessen. Nächste Haltestelle Lukasgasse Guckt, dass ich hier immer selbst die Haltestellen an den Tasten drücke. So. Ihr seht da schon, hier wird schon verdammt eng. Hier hätten wir auf jeden Fall schon das Schild umgenietet. Traumhaft. Wir haben den längsten Bus hier. Nächste Haltestelle Lukasgasse Nein, wir sind doch schon weiter. Nächste Haltestelle Rathaus Nächste Haltestelle Rathausplatz Genau, Rathausplatz. Wieder auf den Weihnachtsmarkt und alles was. Ach ja. So. Das alles geht ja hier tatsächlich noch. Auch der Fahrplan, der ist ja, zuvorkommend. Nächste Haltestelle Kieler Weg. Ah, okay. Jetzt sagt er automatisch an. So viel Platz haben wir da gar nicht mehr, wa? Hallo. Guten Tag. Guten Platz haben wir schon gerade. Na ja, nicht. Steht nichts dran, wie viel hier reinpassen. Warte mal, hier hat doch von irgendwer gebrüllt, das ist zu warm, ne? Oder zu kalt. Machen wir hier die Heizung mal auf volle Pulle machen. so. Das will ich auch mal endlich drin hier. Ach doch, da. Da unten steht's. Wir haben 38 Stehplätze, ne, 19 Stehplätze, 38 Sitzplätze und einen Fahrstuhlplatz. Also wirklich viele passen hier in den Bus nicht rein. Es gab auch Betatester, die halt dementsprechend halt was so gesagt hatten. Unfall, ja schön. Was meine ich denn, ja? Dass das halt nicht so ganz in die Haut hier. Es gab natürlich auch Betatester, die die Karte schon vorab getestet hatten. Und, äh, ja wie gesagt, also, fängt keinen Weg. Teilweise muss ich sagen, war die Kritik halt wirklich sehr positiv. Also, nicht negativ, positiv jetzt so, vielleicht so, ich würde es erst so sagen, mittelmäßig. ne, also, sie wurde jetzt nicht absolut tief schlecht geredet oder sowas. Es gab einen Einzelnen, der halt wirklich gesagt hatte, es fehlt Salz in der Suppe. Also, ganz ehrlich, ja, wenn man sowas hört, dann frage ich mich immer, hast du jemals, jemals irgendwas gemacht? Und wenn du denn dich nach dem erkunden liest, ja, dann hörst du sowieso schon, dass er sowieso meistens immer nur, ja, Gründe sucht zu nörgeln und alles sowas, ja. Ich finde, sowas ist, mal so eine Sache, mach doch erst mal sowas, ja. Anstatt, also, mach sowas erst mal, ja, als wie jede Karte, ja, selbst zu kritisieren oder sowas, ja, sollte man zumindest einmal, sich mindestens mal mit der ganzen Thematik mal so ein bisschen auseinandergesetzt haben. Sei es jetzt so der Editor, ja, oder wie zum Beispiel auch mal einen eigenen Bus bauen, Straßenbahn bauen oder sowas, ne. Man sollte sich da mit der Thematik erstmal so ein bisschen, finde ich, auseinandersetzen, damit man noch sagen kann, ja, okay, das jetzt vielleicht jetzt ein bisschen anders machen können oder sowas. Aber, naja, das weiß ich schon. Auf jeden Fall findet dem Herrn Kollegen, ja, auf YouTube, Salz in der Suche. die Elisabethstraße. Die Elisabethstraße. Ja. Morgen. Morgen. Das ist, wie gesagt, also meine kleine, feine Karte, wie wir hier mühevoll zusammengebastelt haben. Auch das Ganze haben wir natürlich gestreamt gehabt damals. Ja, also man konnte halt live dabei sein im Stream, konnte halt gucken, Tipps wurden langweilig genommen. Karlsthal. Ja, also sowas war natürlich super hilfreich. Teilweise waren manchmal auch wirklich Leute dabei gewesen, die konnten wir tatsächlich helfen zum Beispiel auch die ganzen Ampeln, das ist hier doch ein bisschen tricky. Also, da haben sie es bei Lotus schon ein bisschen vereinfacht. Und, wenn man sich mit dieser Thematik halt vorher wirklich auseinandergesetzt hat, braucht man natürlich Hilfe. Mehr als Tutorials gucken kannst du halt dementsprechend auch nicht, aber manchmal verstehst du halt das eine oder andere nicht. Da musst du dann halt auch mal so ein bisschen Hilfe bekommen. Also von daher muss ich sagen, die ganze Zeit war die Community auch wirklich sehr hilfsbereit gewesen. Zum damaligen Bauen von Landkreis Forsthausen. Auch war schön gewesen, dass wir das Ganze natürlich auch ein bisschen mit PDP zusammen ja damals doch vor zum Simulator Klosterplatz der kam dann zeitgleich aus fast mit der Karte so dass wir dann halt mit PDP-Software damals so zum Beispiel unsere Karte also wenn ihr selber jetzt diese Karte hier zum Beispiel testen wollt oder sowas ihr könnt euch das Ganze halt ganz normal über den Busbetriebs-Simulator runterladen da ist er nämlich drin dementsprechend habt ihr natürlich auch die Anbindung für die Firma und alles was ja das ist schon eine coole Sache war damals schon für mich eine absolutes heilig gewesen denn nur so die ein oder andere Karte gibt es halt nicht in Busbetriebs-Inemate aber Landkreis Forsthausen ja gestiert da und gibt es da und auch eine Klasse man sieht auch dass ich sie gebaut habe weil ich brauche keine Hilfspfeile oder sowas weiß wie ich hier fahren muss nochmal zum Beispiel gleich zum wichtigen Knotenpunkt die ich da so ein bisschen versendet hatte und zwar fehlen hier nämlich teilweise überall die Ampeln dann bin ich manchmal so ein riesen Staus halt hier gab es damals vor der Beta-Version Block wo du heute gegen die unsichtbare Wand gefahren bist das habe ich auch noch nachgerüstet geradezu noch zum letzten Update da haben wir so einen kleinen ja Busbetriebshof wo man dann halt einsetzen kann und dementsprechend dann halt auch zur Haltestelle fahren und hier sollte es dann ursprünglich weitergehen hier an der Stelle auch hier sollte die nächste Linie erscheinen aber wie gesagt ich bin halt dazu nicht mehr gekommen weil es halt auch ein bisschen schwer ist halt wirklich weiterhin auf Standort-Objekt natürlich zu bauen das ganze halt Königsweg ähm ja weiterzubauen halt mit mit äh doch relativ wenig ähm Hallo Content eigentlich ne also jetzt jetzt wäre es mir wurscht weil jetzt könnte ich meine eigenen Objekte bauen das war damals halt noch nicht möglich gewesen weil ich es halt äh damals noch nicht konnte jetzt ist es mittlerweile schon so dass ich sagen kann so alles klar also wenn ich jetzt möchte dann könnte ich jetzt dementsprechend meine Objekte selber bauen so bitte abfahren die nächste alte Stelle Karlsthal Karlsthal nein wieso Karlsthal müssen wir leider durchfahren guckt mal weg Leute aber das ist zum Beispiel das war die meine hier das sind so diese Fehler die hier in der Karte drin sind ah ok das war der Tür sie war alles stelle schulzentrum ah nein blödes Ferro ehrlich auch die Performance ich war so übelst glücklich dass die Performance eigentlich doch relativ gut ist also durchweg eigentlich ab und zu mal kurz im Miniruggler oder sowas aber es läuft durchweg relativ flüssig ja also so flüssig habe ich noch nie irgendeine Karte spielen können das muss man mal lassen also das Ding das hat schon gefenstert so machen wir die Hintentürtchen auf da wollen wir mal aussteigen schulzentrum 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 ich stehe auf diese alten Lanternen mal ich stehe sowieso als Sachen so hier zum Beispiel der nächste Knotenpunkt wo echt häufig immer knallt die viel viel zu eng das schlimme ist dass hier eigentlich immer LKWs euch entgegen kommen was super super lästig ist weil die Straße halt wirklich es nicht schafft oder einfach nicht hergibt dass hier LKW und Bus nebeneinander durchpassen vielleicht denn du fährst auf den Bürger stecken oder sowas so hallo hallo Manfred steig es ein so die Lehrer sind ausgestiegen wundervoll so jetzt hast du da nämlich wieder jetzt kommt nämlich der LKW von vorne und du hast eigentlich schon Schwierigkeiten da jetzt groß vorbeizukommen ja wenn es so ist weißt du wenn er von vorne kommt alles perfekt aber ja nächste alte Stelle Seeburger Straße und eigentlich witzig auch nochmal anzusprechen das ist eigentlich eine Einbahnstraße hier es liegt keine Fahrspur dass Autos von dir kommen können im Editor war mir mal so gewesen dass ich die alle mal gelöscht hatte und trotzdem kommen wir weiterhin Autos fragt mich nicht warum und es war damals auch eingestellt gewesen dass das hier wirklich so eine Einbahnstraße ist das wird einfach mal gekonnt ignoriert hier also hab nicht gedacht dass der Bus reich muss ich gestehen also ich meine er ist gut gefüllt aber dass wir jetzt noch keinen Fahrgast zurücklassen mussten finde ich eigentlich eine ziemlich geile Sache so nächste Haltestelle Schulzentrum das Problem ist wir reden ja auch von Omsi sprich der steht da jetzt so lange siehste weil der würde hier links reinbiegen ja das ist eine Einbahnstraße dementsprechend halt so nicht realisierbar hätten sie sich also würden sie sich daran halten was ähm ja was ich so eingestellt hätte dann wäre es wahrscheinlich kein Problem somit fahren wir jetzt äh naja fast der Spiegel ist auf jeden Fall ab gewesen da muss ich mich einfach stecken wir gehen einfach nach steigen da gehts weiter da gehts weiter Die sind auch schon hintereinander zur Post. Hier stehen die Fußredner schon auf der Straße. Das Witzige ist, hier zum Beispiel die Ampel, die haupt überhaupt nicht hin, da fahren die Autos bei Rot und stehen bei Grünen. Nächste Haltestelle, Dorfplatz. Also ganz ehrlich, ohne Tracker möchte ich nicht mehr fahren. Das ist so eine Erleichterung. Dann ist es hier zu warm, ob du bist. Also ein absolut fantastischer Bus. Wir haben auch Repaints mitgeliefert gehabt, damals noch von Microhazard TV und von Forsthausen. Da hatten wir auch noch zahlreiche Unterstützung gehabt, die wir damals erstellt hatten. Das war schon eine krasse Sache gewesen. Hallo. So. Wundervoll. So. Wundervoll. Die Fußgänger hier, die haben ja zum Beispiel auch keine Ampel. Ich habe Grünen erfährt. Wundervolle Verkehrseinstellung hier. Nächste Haltestelle. Zur Tankstelle. Zum Milchhof. Ich bin schon lange nicht mehr am Bescheid, oder? Zur Tankstelle. Zur Tankstelle. Zur Tankstelle. Hallo. Alles wundervoll. Alles wundervoll. Nächste Haltestelle, Flauschtal. Ja, also, seht ihr, das ist also Landkreis Forsthausen für Omsi und darauf bin ich am meisten wohl stolz. Ja, also darauf nicht, dass er mir jetzt hier die Fuffertier alles nimmt hier und so, sondern nämlich auf das da, was da steht. Da sehen wir nämlich so richtig schön, ne, Microhazard TV, Community Map, Landkreis Forsthausen. Hier haben wir zum Beispiel Jugo, Armogläuferkiller, TrainOmsiTV, TransomTV, Detlef Zobel, Endermatti, Christian T, LP, Steve, Herrn Nerox haben wir. Wir haben Maxim K., RafiTV, Klaus N., Fabo, glaube ich, Brandenburg LP, Jerome, Ronald, Omsi, Freak. Außerdem vielen Dank an alle anderen Abonnenten. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob da auf der anderen Seite auch noch was steht. Ne, da steht genau das Gleiche. Und hier an der Tafel steht zum Beispiel hier auch nochmal, also das sind die Leute, die dann am meisten natürlich mitgeholfen haben hier in der Regel. Der Ice Dragon, der René, der Sebastian, Barney, Busfan, Linux, Windows und Mac-Hilfe, sowie Petra, Flauschi, Heiko V und Chaos Games. Ja, also das sind so die Größeren, die hier dementsprechend mitgeholfen haben. Und die Objekte, ja, die sind damals dann noch von, meiner Meinung nach, Joe, nee, nicht Joe. Wer war das? Wer war das? Sebastian war das gewesen, genau. Der Sebastian hat das damals gebastelt gehabt. Ja, also das war schon großartig. Die anderen Leute, die waren dann teilweise immer alle mit im Stream gewesen, so. Der René, Barney, Busfan, Linux und Mac-Hilfe war auch oft immer dabei. Petra, Flauschi, Heiko V und hier auch nochmal, also die waren halt immer als Zuschauer dabei gewesen, haben immer permanent immer reingeschrieben, haben mich dementsprechend immer so unterhalten und so weiter und so fort. Also das war schon eine absolut geniale Zeit, das hat massiv viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, das Gleiche hatten wir dann auch nochmal mit Straßenbahn in Forsthausen gemacht gehabt. Da hatten wir das ja so ähnlich gemacht gerade, wie jetzt hier zum Beispiel mit der Forsthausen auf der Karte. So, wir wollen uns natürlich mal ausstecken lassen. Hallo. So viele Wolken jetzt gelangen, das ist leider nicht. Wie gesagt, hier soll das auch dann weitergehen, das hatten wir uns alles offen gelassen hier. Hier sehen wir zum Beispiel meinen Repaint von Langkreis Forsthausen, Verkehrsbetriebe bei Microdo Hazard TV. Muss eigentlich fast passen, wer die Repaints erstellt hat. Meiner Meinung nach war es der Strom gewesen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Wir haben ja noch so ein bisschen Wasser hier, so einen kleinen Teil hier. Haltestelle. Lindenweg. So ist es schon. Natürlich auch ein bisschen immer komisch, dass wir hier immer so eine Abwechslung hier reinkriegen. So ist es schon. So. 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 So, Stadtgrenze. Guten Tag. Hallo. Vliesstraße habe ich früher mal gewohnt, deswegen, ja, der Name. Hallo. Wunderschön. Was hast du denn sicher? Ich steig nur noch weiter, ey. Was ist los, ey? Ist es leer? Ne, ne, ne. Immer noch reichlich dran, ne? Nächste Haltestelle. Stadtgrenze. Dieser Bus endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So. Und damit sind wir an unsere Zielhaltestelle angekommen. Ja, Leute. Das ist Forsthausen. Die Karte von Mike KurohasaTV. Meine Karte, die ich damals für Omzi gebaut habe, zusammen mit der Community. Wie gesagt, das war ein tolles Projekt. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Jetzt fehlt mir mittlerweile die Zeit dazu, weil ich mich natürlich um andere Projekte kümmere. Um jetzt meinen eigenen YouTube-Kanal kümmere und so weiter und so fort. Fehlt mir natürlich die Zeit, um diese Karte hier weiter fortzusetzen. Was ich persönlich natürlich sehr, sehr schade finde. Aber so ist es. Ich bin aber zufrieden, dass es diese Karte immer noch gibt und so ein bisschen so zeigt, dass ich auch mal ein bisschen was für Omzi so getan habe. Ist zwar nicht die beste Karte, die schönste Karte. Es gibt natürlich weitaus bessere und schönere Karten. Allerdings bin ich meinen Sachen treu geblieben und habe gesagt, es passt auch wenn denn nur Standard-Content. Ja. Und ich mag so kleine Karten, wo du halt so ein bisschen viel mit so Dörfchen hast und alles sowas. Ja, also da bin ich schon ein sehr, sehr großer Fan von. Und so konnte ich diese Karte mir hier so ein bisschen verfluglichen. Allerdings hat es natürlich viele, viele Baustellen gehabt. Und daher ist es ein bisschen schade, dass ich das Ganze nicht mehr ausbessern konnte. Aber kennt ihr überhaupt Forshausen? Seid ihr Forshausen schon mal abgefahren oder hört ihr das heute zum ersten Mal? Dann nutzt die Kommentarfunktion und schreibt es unten rein. Sonst, wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns hoffentlich zu einem neuen Video Omzi 2 hier auf ÖPNV Simulation wieder. Würde ich mich sehr drüber freuen. Verabschiede mich. Ich sage Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.